Hallo Leute, meine Schwester hat mir heute einen Link geschickt, wir haben heute miteinander telefoniert und es ist immer wieder komisch, wie manche Fälle eine ganz besondere Wendung bekommen, wenn neue Informationen von außen hereingespült werden und in dem Fall hier ist es auch eine ziemliche Wendung, muss man schon sagen, ich verlinke euch jetzt mal hier was bei einem Video und schaut es euch an, es wirft ein ziemlich, es wirft ein anderes Bild auf den Fall Rebecca, sag ich mal so, ja, aber schaut es euch an und klickt die Bilder an, weil die Bilder sind nicht wichtig oder semi-wichtig, ich hänge, schaut euch die Kommentare zu den Bildern an, das ist höchst interessant, okay, ciao.